hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde zu minecraft und unserer kollege da oben unser werter gesangsverein nein unser unser versicherungsvertreter der irgendwas mal machen wollte mit uns der ist jetzt einfach gegangen der hat sich verpieselt der kollege der ist weg vom fenster der kann nicht da hat nichts mehr dafür da ist es einfach weg ja der hat sich aber total verändert er hat aber nichts mehr gemacht so was in der art wir müssen echt ein ressourcenpaket holen dass hier auch die dinge nehmt aber naja so kann man ihn ja nicht haben haben wir noch was ja wir haben noch was für unten durch machen wir es doch gleich so benehmen einfach alles tut die kantin immer durch ne nehmen wir uns zwar die mühe bei uns haben wir es noch nicht gemacht bei unserem zu hause das ist die frage was wir hier als dach nehmen wollen natürlich auch die kirschblütenblätter nehmen sie ist irgendwie ein bisschen doof aus ne ne hier wollen wir das ding oder wollen wir das stimmt ja wär doof ähm treppenstufen und so, wir müssen das dritten bauen. Das wäre besser, aber ein bisschen klüger haben wir noch. Wir haben noch Bruchsteine, aber wir haben echt zu wenig dafür, dass wir den Boden hier umdretieren dürfen. Lina, stimmt, die haben wir auch noch. Wir haben sogar weizen können dabei. Wir müssen eigentlich so einen Vorhof basteln, das wäre es, dass wir reingehen können, wenn die, ja, das wäre so eine Schleuse, ja eine Schleuse halt, wir müssen eine Schleuse bauen, damit die Kinder und Eltern auch nicht durch können. Was ist es, eine Schleuse? Ach stimmt, der Baum ist ja, hier wurden ja eingeliefert, die Bäume. Ich habe ein Item in der Hand, ich habe ein Item in der Hand. Ey, die Musik ist doch schon laut, ey. So, ich muss immer leiser schrauben, immer noch leiser und noch leiser und noch leiser. Man hört gar nichts mehr davon am Schluss. Wir müssen aber nicht ins Loche fallen, da haben wir sogar eine Farbe hingeschmissen, stimmt. So. Sieht das, nehmen wir mal so. Das kann nicht gut aussehen. Und der muss ich auch weg, so. Ja gut, hier sieht es ja noch okay aus. Aber das kann ja so gut ausgehen. Muss ja wohl, oder? Also. Ups, hops. Man muss es ja irgendwie schaffen, aus dem her, äh. Gut, ich glaube die 32 hier reichen nicht für alles. Aber im Endeffekt passt das ja schon dann hoffentlich, wenn es durch ist. So. So. Ach, nur auf den Negern kann man... Kann man kein... Ja. Keinen normalen Block setzen? Ist das so? Ist das wirklich so? Also war das schon immer so oder wurde das jetzt aber irgendwann eingeführt? Ich kann mich daran nicht erinnern, aber... Gut, an was kann ich mich schon daran erinnern? Oh. Ähm. Ich glaube, der kann sich gerade verabschiedet. Kann das sein? Was ist denn das für ein Spiel? Ähm. 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 Ich lad das Ding nochmal neu, ne? Ich glaube, der kann total crash. Ich glaube, ich muss das mal anschauen, ne? Wir sehen uns, oder? Ja, wir sehen uns gar nicht mehr. Tschüss, äh. Und, und, äh. Bis gleich. Pausieren, ne? Bitte sehr. Danke sehr. So. Ich hab's gefixt. USB-Kabel raus. USB-Kabel rein. So, das war der Fix. Aber zuerst wollte ich natürlich probieren, alles machen, ne? Also... Da bin ich ja wirklich doof. Ich hoffe... Wie lange war es denn eigentlich schon so? Eine gute Frage, die ich aktuell nicht klären kann. Weil ich das Kamerabild noch nicht gesichtet habe. Aber muss ja irgendwie zusammenhängen, ne? Das ist schon irgendwie creepy. Wie das Bild zersetzt wurde, ne? Wie er aber auch plötzlich weg war. Husch und weg. Stimmt schon 500 Jahre so. Aber ja. Software. Hat auch manchmal seine Tücken. Und Macken. Man weiß ja nie so genau, was passiert. Plötzlich schwuppdiwupps und weg. Ja, und so kann's gehen. Ja, genau. Schubdiwupps und weg. Ja, Scream auch immer zu hören. So. Boah. Die Musik ist schon so laut, ne? Ist sie bei euch auch so laut? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ja, ich bin ja neu mal klug. Danke sehr. So. So wird ein Schuh draus. Oder sowas in der Art. Ob das gut aussieht? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist mal ein Dach. Es hat ein Fenster. Und es ist... Ja. Na gut, hier gehört eigentlich auch noch ein Fenster rein, ne? Ja. Doch, das klingt bei uns noch nicht genau kacke. Gleich. Aber wenn wir hier ein Bett hereinballern, hier noch nicht holen, dann wär's das eigentlich schon, ne? Ja. Kriegen wir das hin? So. So. Hm, ne. Na, sieht doch beknackt aus. Ein bisschen einfacher ist einfach, wenn wir das Ding... Ach, komm, wir lassen's. Wir lassen's mal. Ja, wenn jetzt das Ding wieder zu leise... Ich glaub, ich kack's. Ein, ein. Es geht doch zu weit, ne? Wenn wir das Ganze hier bollern. Äh... Wie viele Minuten... Ich hab ja nicht so viele Minuten vorher auf... Also... Als der Crash war, ne? Vorher. Das war bei Minute 5 oder so. Ach ne, schon viel früher. Das war bei Minute... Ich schau grad das Material an, ne? Da klingt's bisschen komisch. Das sieht wirklich interessant aus. Plötzlich Wumms weg, verschoben. Und der Hintergrund, der dargestellt wird. Der ist gar nicht von uns. Also, weißt du... Wisst ihr ja, als die Datei kaputt war? So gesehen, ne? Oh mein Gott! Woher hat er die Information bezüglich des Hintergrunds? Wenn... Von uns ja nicht. Speziell. Egal, KI kann alles machen, was er will. Spiele keine Rolle. Ja, stimmt. Wir müssen hier noch einen Zaun basteln. Ja, 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 ja. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Oh, und hier die Köbis auch noch mitnehmen. Nein! Aber wir haben jetzt zwei. Finde ich auch gut. Ah, wenn wir grad hier sind... Ja, und hier auch noch kurz baden. Jupp. Haben wir alles. Gut, danke sehr. Bis dann. Tschüss! Muss wir da noch bauen werden, die zwei Stücke? Ich hab keine Ahnung. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schön 15 Zuckerröhrchen. Und dann kriegen wir noch vielleicht... Gut, Eier haben wir nicht so viele, ne? Ah, doch auch noch ein Stück. Oh! Interessant jetzt. Gut, 36 Zucker. Ah, ähm. Ciao mit V. So. Aber ich glaub langsam, langsam kommt das hier, ne? Mit den, ähm... Ja, 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 ja. Da wird was. Da wird's. Da wird's. Da wird's. Okay. Wir brauchen Zäune. Zäune für die Scheune, oder... Warum muss das immer so laut sein? Mal kurz. Ich mach hier noch Türchen ein. Warum? Ich... Ich... Kann doch jedes Mal das Zeug wieder aus und rumdrehen und was auch immer. Ja, ich bin ja doof, hätte ich auch gleich welche gehabt. So. Oh. Achso, ja doch, wir brauchen nur eins. Stimmt. Und... Na cool, jetzt geht's gar nicht so... Oh. So, kein Huhn, das jetzt hier noch, äh... Nein? Danke sehr. Ich find das geni... Ist das irgendwie irgendwie genial hier was? Was ich, äh, machen wollte. Ja, nehmt er auf. Okay. Ah. Ich will hier auch noch...